jetzt geht's los ich habe es euch versprochen es gibt eine neue serie eine neue videoserie und zwar eine die dir hilft jeden tag dich wohler zu fühlen mit dir und deinem körper genau unser thema heute ist apfelessig da ist doch ein riesen hype um apfelessig und ich will dir heute erklären mit mit spickzetteln weil ich bin ja über 40 und der brain fog der gehirnnebel der schlägt heute morgen extrem zu also verzeih es mir bitte also ich habe ein paar notizen dabei aber mir ist es eben wichtig dir zu erklären warum es gerade diesen riesen hype um apfelessig gibt dieses video ist also perfekt für dich wenn du viszerales fett am bäuchlein verlieren möchtest was das übrigens ist das erkläre ich dir auch später wenn du deine verdauung fördern möchtest und wenn du heißhungerattacken stillen möchtest kenne ich alles nur zu gut muss ich dir leider sagen so dieses video ist also perfekt wenn du eine frau über 40 bist wenn du vielleicht unter pcos leidest wenn du ein mann bist der eher so ein in bayern wird man sagen so ein knüttelfriedhof als bauch hast es ist so ein bisschen so du weißt schon so ein bissel so ein apfelförmigen bauch so genau und auch tatsächlich wenn du unter stimmungsschwankungen leidest und da ist es mir jetzt wurscht ob das ist weil du kurz vorm bluten bist oder weil du eben wie ich 40 bist und die nerven eindeutig dünner werden oder vielleicht auch weil du depressive stimmungen erlebst hör dir jetzt einfach mal an was ich dir berichte und am schluss zeige ich dir natürlich wie man das jetzt macht mit diesem apfelessig damit es nicht ganz so schirch wird weil schön ist es ja nicht muss man sagen aber hold your horses bleibt dran es geht los so also was ist denn jetzt eigentlich dieser essig also wenn ich jetzt heute von essig spreche dann meine ich apfelessig warum im endeffekt könntest du jede art von essig in deinen alltag in deine ernährung einbauen aber der apfelessig sind wir ehrlich schmeckt tatsächlich verdünnt noch am besten ja und sowas wie balsamico essig oder sowas das auf keinen fall für das was ich dir heute zeige weil der hat unfassbar viel zucker drin und das wollen wir ja eben vermeiden wir wollen ja durch diesen apfelessig ich erzähle es dir gleich die blutzuckerkurve flach halten und daran eben sozusagen extra zucker in uns rein zu schütten durch diesen apfelessig drink oder essig drink wäre natürlich nicht schlau und wir sind ja schlau was soll ich sagen also klar balsamico fällt raus mein tipp wäre nimm apfelessig so essig steht hier entsteht durch fermentation essig entsteht durch fermentation das ist dir vielleicht auch schon mal passiert geld du bist in urlaub gefahren und hast den bad bimbacher schädelsprenger rotwein im tetra park hast aus versehen offen gelassen und kommst zurück und sagt bumm hast eine wunderschöne essig plöre genau also essig entsteht durch fermentation von alkohol und zwar mit hilfe eines bakteriums und dieses bakterium tatsächlich das gibt es überall das haben wir sogar in der luft und das sorgt eben dafür dass aus alkohol essigsäure entsteht so und essigsäure und das ist jetzt eben das spannende das wäre der erste punkt also was ist essig und was macht er sozusagen essigsäure sorgt getrunken stark verdünnt allerdings dafür dass dein mikrobiom im darm dass das eben dafür sorgt dass der glukosespiegel nicht steigt ähnlich wie dieses video aus den 80ern von otto walkes milz an groß hin milz an groß hin sendet eben das mikrobiom in deinem darm auch an deine leber mikrobiom an leber mikrobiom an leber und das ist eben genau das was wir wollen apfelessig stabilisiert ich muss es ablesen dem blutzucker damit ich nichts vergesst stabilisiert dein blutzucker sorgt für einen langsameren glukosetransport das ist auch was wir wollen auch warum auch das später es pusht oder treibt die muskeln an glukose schneller aufzunehmen auch das sorgt dafür dass deine glukose kurve flach bleibt und und das ist der knaller hat man herausgefunden es programmiert es programmiert die mitochondrien es programmiert die mitochondrien das ist dein der zellkern den programmiert es um mehr fett zu verbrennen lauter gute sachen also es hält die den glukosespiegel niedrig es sorgt dafür dass du eine geringere insulinausschüttung hast das natürlich auch toll für menschen die vielleicht prädiabetes prädiabetes erleben das die fränkische seite von meinem papa geht die hört man schon ein bisschen raus wenn ich dann sagt prädiabetes prädiabetes mit also hilft eben auch menschen mit prädiabetes indem es die insulinausschüttung möglichst gering hält die insulinausschüttung möglichst gering hält und es programmiert unsere zellkerne sozusagen auf leichtere und bessere fettverbrennung das ist das schon mal ziemlich geil so den ersten wisch kann ich schon mal weghauen essig säure deaktiviert die alpha amylase das ist also ein teil des verdauungsprozesses das heißt zucker und stärke das kannst du vielleicht merken wenn dich mal einer fragt warum du apfelessig trinkst zucker und stärke die du über die nahrung aufnimmst werden nicht so schnell umgewandelt zucker und stärke die du über die nahrung aufnimmst werden dank essig stark verdünnt nicht so schnell vom körper umgewandelt das heißt eben die glukose kurve bleibt flach dein insulinspiegel bleibt niedrig also es kommt nicht zu so einem krassen anstieg deines blutzuckers danach und der körper muss eben auch nicht so viel insulin ausschütten und so stark arbeiten und und das habe ich auch festgestellt du hast deutlich weniger heißhunger du hast deutlich weniger lust auf süßes auch es verbrennt mehr fett und das liebe ich ja du musst nirgendwo mitglied werden du musst nirgendwo geld den leuten in den rachen schmeißen es kostet fast nichts du kaufst dir einfach in zukunft im bioladen oder auch sogar im drogeriemarkt eines vertrauens die normalen lebensmittel märkte haben es auch eine flasche apfelessig du ich glaube der kurs 2 50 oder was und da ist jetzt drin 0,75 liter der hält dir ewig schau dass es natürlich ein bio apfelessig ist also so wenig wie möglich chemisch belastet und weiß gut wie verarbeitet also schau umso natürlicher und desto natürlicher umso besser glaubst du sich mit diesem desto und umso das kriege ich nie hin ich glaube es heißt je und desto gell je natürlicher umso besser je desto je natürlicher desto besser so ist es richtig herrschaftszeiten gell und dabei dabei finde ich die deutsche sprache schon auch eine schöne sprache aber anscheinend da das jetzt aus ist ja unglaublich so also das was ich dir gleich zeige heißt du könntest jeden tag ein glasl wasser mit einem esslöffel apfelessig so ein glasl wasser gerne ein bisschen größer mit einem esslöffel apfelessig vermischt trinken mit dem was gerade scheppert das ist nämlich so ein ein glas strohhalm erzähle ich dir nachher warum der wichtig ist und das hilft eben frauen mit pcos syndrom also man hat tatsächlich in studien festgestellt dass nach fünf wochen wenn die am tag 123 das haben sie leider nicht erzählt wie viele gläser wasser mit apfelessig die damen getrunken haben dass der zyklus wieder kam gute sache und eben dass es männern mit viszeralem fett hilft also eben diesen internen intra abdominalen bauchfett hilft und warum ist jetzt dieses viszerale fett so gefährlich ja man sagt das ist eben eine begleiterscheinung von einer hormonellen im balance und diese hormonellen imbalancen dieses viszerale fett als ausläufer sozusagen die erhöhen eben ganz stark das risiko für bluthochdruck für alzheimer für krebs für schlaganfall also für alles sachen die wir nicht wollen viszerales fett nicht das gute fett das wollen wir irgendwie möglich abbauen oder gar nicht erst bekommen so und dann finde ich auch mega spannend diese blutzucker geschichte also den blutzucker die blutzuckerkurve flach zu halten hilft eben auch menschen mit stimmungsschwankungen so jetzt bin ich eine davon zweite zyklushälfte frau über 40 muss ich ehrlich sagen da geht mir oft die halsschlagader auf so und um das für mich und auch für mein umfeld so gering wie möglich zu halten trinke ich eben auch apfelessig mit wasser und es hilft tatsächlich so sagen es zumindest die studien menschen mit depressiven verstimmungen finde ich auch gut also desto weniger blutzucker ausschlag du hast desto stabiler ist anscheinend auch deine stimmung ich persönlich für mich kann das auf jeden fall bestätigen und ich finde das ist was da darf man sich doch auf jeden fall darum kümmern das tut dir als mensch gut und es tut allen menschen um dich herum auch gut wenn wir ein bisschen stabiler durch die gegend schippern gerade in diesen wilden zeiten so kann ich den zettel auch wegschmeißen jetzt haben wir nur noch einen du hast es gleich geschafft die studien habe ich dir schon erzählt ist doch toll aha habe ich auch schon erzählt glukose kurve flach halten wenig insulinausschüttung wie möglich auch erzählt jetzt wir sind im letzten drittel pass auf wie machen wir das jetzt also ich schnappe mir in der früh und wenn ich daran denke auch gerne vor den mahlzeiten so viertelstunde 20 minuten vor den mahlzeiten schnappe ich mir so ein glasel wasser mit so einem glas strohhalm ja weil ich finde die ganz gut diese mit mit diese undurchsichtigen aus 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 edelstahl oder was da denke ich immer gott weiß was da noch für ein schwamm mal drin ist also das möchte ich nicht nein ich möchte so was durchsichtig ist da sehe ich was ich kriege kauft man nicht die katze im sack und dann nehme ich mein ja und das scheppern und das knarzen ist heute wieder mal inklusive also dann nehme ich so ein eine flasche apfelessig und dann nehme ich einen esslöffel und ich habe ja früher auch oft diese kosmetik kurse gegeben wie man eben mit einfachen günstigen dingen sich schön und straff hält wenn ich sage ein esslöffel da meine ich einen esslöffel meine ich nicht drei weil das willst du nicht haben spatzel denk an die dosierung 200 250 milliliter wasser und ein esslöffel so einer apfelessig rein so dann rühre ich es ein bissl um und dann ja gar nicht mal so lecker muss man schon sagen gar nicht mal so lecker aber es hilft und tatsächlich im sommer mag ich total gern weil es sehr erfrischend ist da kannst du das wasser natürlich auch ein bisschen kühler machen ich mache auch manchmal eiswürfel mit ein bisschen apfelessig drin wichtig schreibst drauf weil sonst die kinder und der mo daheim durchdrehen wenn es aus versehen in der cola so ein apfelessig eiswürfel das will auch keiner so also das trinkst du und falls du jetzt nicht überzeugt bist dann gebe ich uns mädels auch noch den tipp wenn der körper so blutzucker peaks erlebt dann kommt es im körper zu etwas das nennt man glückation glückation und das kannst du dir so vorstellen dass dinge im körper verkleben also diese blutzucker peaks die sorgen dafür dass das kollagen verklebt dass diese kollagen moleküle verkleben und kaputt gehen so und was heißt es wenn glückation passiert heißt es desto öfter die passiert je öfter die passiert desto mehr falten bekommen wir je öfter glückation im körper passiert desto mehr falten bekommen wir also hilft es der optik auch noch du kannst also mit apfelessig und da so gesehen muss ich sagen ich finde den hype gerechtfertigt es ist ein günstiges naturbelassenes produkt das kann sich so gottgebe jeder mensch leisten in ja in humanen dosen also vielleicht ich trinke so vielleicht drei glasen am tag mit diesen drei esslöffeln apfelessig insgesamt drin plus mein salat dressing ist natürlich auch mit apfelessig vorneweg vorm essen ich finde das ist leicht umsetzbar es kostet nichts du hast unglaublich viele vorteile die studienlage sieht gut aus also ich finde das kann man machen in diesem sinne prost hätte ich schon wieder fast vergessen steht ja auch nicht auf dem zettel drauf muss man immer draufschreiben bei der schmidt hammer zurzeit wenn du zu diesen themen mehr wissen willst ich gebe da auch einen kurs dazu tatsächlich und zwar in diesem gang hofen da war ich ja im juni schon mal und die mädels waren so begeistert und so lieb die haben mich jetzt einfach noch mal eingeladen und da bin ich am zehnten zehnten und in diesem zweiten teil eben am zehnten zehnten da erzähle ich ganz viel über lebensmittel und überhaupt dinge die wir frauen tun können damit es uns besser geht da wirst du doch vielleicht auch dabei sein ist immer eine fetzen gauri man muss es ehrlich sagen es ist viel wissen plus plus eine fetzen gauri also vielleicht bist dabei wenn es in niederbayern daheim ist schaust vorbei in diesem sinne wir sehen uns nächsten mittwoch erneut prost so wir Untertitelung des ZDF, 2020